ja hallo heute ein kurzes video zum thema ein wahrer albtraum von einem motor und ich weiß viele von euch stehen nicht so auf vw und die aktuelle politik von denen und steuerkette und bla und hin und her und ihr habt auch irgendwo recht aber das ist alles gar nichts gegen das fahrzeug was da bei uns auf der hebebühne steht wenn ihr so ein fahrzeug euer eigen nennt dann könnt ihr eigentlich auch das hier machen ihr könnt einfach euer geld verbrennen das ist genauso sinnvoll wie so ein auto zu fahren und was das für ein auto ist seht ihr gleich nach dem intro viel spaß bevor es losgeht eine kleine info ihr habt sicher gemerkt letzten sonntag ist kein video rausgekommen das liegt an mehreren dingen also punkt eins wir haben wirklich wahnsinnig viel zu tun und dann bleibt schon mal ein video auf der strecke was aber viel schwerwiegender war mich hat es erwischt corona positiv ja also nichts dramatisches wirklich aber ich war halt auch in quarantäne und in quarantäne lässt sich kein video drehen ist halt so nun gut wie dem auch sei es ist jetzt wieder alles gut und ich würde sagen jetzt gucken wir uns erstmal den motor an komm mit also hier stehen wir vor unserem motor das ist ein ford ein ecoboost motor die technischen daten könnt ihr hier mal sehen und es ist eigentlich auch nichts neues mittlerweile diese geschichte dass der hat ein im öl laufenden zahnriemen das ist eigentlich als das ein alter hut das heißt das ist eigentlich bekannt und ja wenn das doch bekannt ist warum ist das dann so ein albtraum ja das kann ich euch sagen also es hat sich folgendes zugetragen dieser wagen war bei uns zur wartung und aus irgendwelchen gründen die ich immer noch nicht weiß warum es so passiert ist ist das falsche öl reingekommen normalerweise gucken wir bei jedem einzelnen auto nach welches öl muss denn da rein normalerweise das haben wir mit sicherheit bei diesem fahrzeug auch gemacht ob wir da ein zahlendreher in den schlüsselnummern hatten oder was da schief gelaufen ist lässt sich leider im nachgang nicht mehr nachvollziehen fakt ist aber falsches öl okay der zahnriemen muss neu so und dann fing das übel eigentlich an ihr könnt hier sehen das sind sieht eigentlich aus wie bei einem normalen zahnriemen aber der liegt unter diesem stirndeckel so und der wird einfach oder der ist einfach ist der im öl so und das öl ist auf den zahnriemen genau abgestimmt das heißt der das öl ist so konzipiert dass es den zahnriemen nicht zersetzt gut so weit so gut das ist die theorie wie gesagt jetzt ist hier falsches öl reingekommen das können wir leider nicht so lassen es genügt leider auch nicht einfach das öl wieder rauszuholen und neues reinzufüllen das das geht nicht weil das öl war ja nur in berührung mit dem zahnriemen also müssen wir da einen neuen drauf machen gott sei dank von hier aus ein herzliches dank an die kundin dass sie uns nicht den kopf abgerissen hat aber sie hat das ganz nüchtern gesehen fehler passieren solange man dafür gerade steht ist es soweit kein beinbruch sag ich mal schön ist es zwar immer noch nicht aber aber es gibt schlimmeres im leben wie dem auch sei das kuriose an dieser ganzen geschichte ist dass der wagen vor kurzem schon einen neuen zahnriemen bekommen hat hier seht ihr dass den aufkleber davon leider kann man nicht mehr so gut lesen aber es war wohl 21 es war wahrscheinlich es tut mir leid man kann es nicht mehr so lesen aber im jahr 21 es war wohl zum herbst hin hat der wagen einen neuen zahnriemen bekommen der hat die laufleistung für den also den wechselintervall noch lange nicht erreicht aber warum hat er einen neuen zahnriemen bekommen die kundin hat es versäumt den ölwechsel zu machen und da reagiert der zahnriemen empfindlich drauf das heißt wenn man den ölwechselintervall zu lange überzieht fängt der zahnriemen an sich zu zersetzen und das hatte hier auch gemacht der hat sich soweit zersetzt dass die motorkontrollleuchte angegangen ist und irgendwas die die steuerzeiten nicht mehr stimmten und daraufhin ist die kundin sofort gefahren und hat da einen neuen zahnriemen bekommen und hat richtig eckig geld dafür hingelegen müssen weil es war ihr fehler ja sie hat den ölwechselintervall nicht eingehalten ja fort sagt ja können wir leider auch nichts dran machen und dafür ist es dann halt so gelaufen sie hat einen neuen zahnriemen selber bezahlt und der war sehr teuer kurze zeit später hatte sie die motorkontrollleuchte an und da war der cut defekt und zwar hat er bemängelt umwandlungsrate vom cut zu gering und das ist auch ein relativ häufiger fehler bei diesen fahrzeugen und ja es ist wie es ist der cut musste getauscht werden auch wieder teuer so und jetzt gucken wir uns den zahnriemen mal an also das ist jetzt der zahnriemen den wir ausgebaut haben und man kann sehen dass der jetzt noch nicht dramatisch aussieht die kundin ist gut drei monate mit dem falschen öl gefahren ja der zahnriemen wie gesagt ist komplett er zersetzt sich noch nicht man kann auch die schriften noch lesen also der zahnriemen ist hier noch nicht zerfressen worden das bedeutet die kundin hätte theoretisch noch länger damit fahren können ohne dass irgendwelche probleme aufgetreten wären aber irgendwann werden sie aufgetreten so das problem ist dass als wir den jetzt auseinander genommen haben haben wir festgestellt dass diverse ölkanäle zusitzen zum beispiel hier von der von der vakuum pumpe da ist ein da ist ein sieb drin das hat zugesessen und zwar mit den resten von von dem alten zahnriemen der der sich zerlegt hat das bedeutet der zahnriemen ist beim letzten mal gemacht worden der ist auch sauber gemacht worden der motor die vakuum pumpe ist auch überprüft worden das kann man sehen die ist neu eingesetzt worden und dennoch sind noch reste drin geblieben im motor und die vakuum pumpe wäre wahrscheinlich über die nächste zeit kaputt gegangen einfach weil sie sich zugesetzt hätte und keine schmierung bekommen hätte diese vakuum pumpe kostet lustige 500 euro und es wäre der nächste schaden gewesen was auch immer wieder ein thema ist ist dass sich das öl sieb zusetzt unten von der ölpumpe wo die ölpumpe das öl ansaugt und da setzen sich halt diese krümel vom zahnriemen auch rein und der ganze motor hat eine mangelschmierung was auch ein problem ist sind diese dünnen zulaufrohre für den turbolader in dem moment wenn sich da halt dreck reinsetzt ja was soll man machen keine schmierung heißt unweigerlich ein kaputtes bauteil ja aber wieso empfinde ich das als einen solchen albtraum dieses ding es ist ganz einfach wie wollt ihr denn sicherstellen ihr als autofahrer ihr als kunde dass da immer das richtige öl reingekommen ist es besteht ja die möglichkeit dass eine werkstatt das falsche öl rein füllt so wie es uns auch passiert ist aber die werkstatt einfach nicht sagt und bei der endkontrolle wird festgestellt oh verdammt wir haben das falsche öl eingefüllt schnell lassen wir mal das öl wieder ab füllen das richtige wieder auf und geben es dem kunden wieder dann löst sich irgendwann in 20 30.000 kilometer löst sich der zahnriemen auf und ihr seid die gelackmeierten wer kann denn sicherstellen dass er immer das richtige öl raussucht ich sag mal es gibt ja genug leute die das auto nur fahren können und überhaupt sehr wenig ahnung haben und auch leute die wirklich ahnung haben von dem thema ich sag jetzt mal wir sind zumindest keine absoluten laien und trotzdem ist es uns passiert dass wir das falsche öl genommen haben es kann halt mal passieren und der motor verzeiht es einfach nicht wer kann denn sicherstellen dass irgendwo im urlaub geht weiß der liebe himmel der die batterie kaputt man bringt das auto irgendwo in eine werkstatt und der monteur will einem was gutes tun und füllt einfach mal ein viertel liter öl auf service eigentlich ein netter zug war aber das falsche öl tada schon hat man wieder das problem oder jetzt wie hier in diesem falle das problem liegt bei dem kunden selber hat den ölwechsel intervall überzogen er gibt viel viel geld aus für eine reparatur die auch eigentlich ordnungsgemäß durchgeführt worden ist aber dennoch ist noch rest oder noch sind noch rest dreck rückstände im motor die sich dann irgendwann lösen und sich wieder in die vakuum pumpe setzen oder zum turbo lader oder wohin auch immer und der motor stirbt einfach an mangel schmierung oder die einzelnen bauteile turbo lader was auch immer vakuum pumpe das heißt das ding hier ist ein wie nennt man das so schön ein fass ohne boden das heißt ihr bleibt einfach dran es ist ein albtraum das bedeutet wenn ihr so ein auto habt dann achtet penibelst darauf dass das die ölwechsel intervalle eingehalten werden achtet penibelst darauf dass die werkstatt das richtige öl verwendet und dass da auch nicht irrtümlich irgendwas anderes genommen wird ihr könnt euch nie sicher sein dass nicht irgendwann in der vergangenheit irgendwann mal da was passiert ist und euch dieses problem wieder ein holt und zwar plötzlich und drastisch teuer und sehen sind wir ehrlich also wenn ihr in einen tsi motor das falsche öl reinkippt dann fahrt ihr 1000 kilometer damit und sagt ups da ist das falsche öl drin ihr lasst es ab und packt das neue rein und wir sprechen hier nicht über ein irgendwelches billiges schrottöl sondern schon über ein ordentliches öl aber eben falsche spezifikation dann wird dieser motor euch das verzeihen der wird der wird ganz normal sagen ja gut kommen es ist kein problem es sei denn er hatte schon vorher eine schädigung keine frage aber er wird nicht von einmal einfüllen laufen lassen sofort kaputt gehen hier sieht das aber anders aus einfüllen laufen lassen zahnriemen hatte berührung mit dem öl und ihr wisst nicht welche chemischen veränderungen da eingetreten sind und wie der zahnriemen angegriffen wurde und das heißt hier müssen muss man ran und damit eine grobe vorstellung davon bekommt fort sagt selber gut für diesen motor gut sieben stunden arbeit jetzt gehen wir mal von circa 100 euro dem stunden verrechnungssatz aus das heißt es sind 700 euro die einfach nur wegen der arbeitszeit flöten sind für diesen motor haben wir allein an dichtungen und an schrauben 200 euro ausgegeben einfach nur für dichtungen und schrauben da ist noch kein zahnriemen dabei oder sonst irgendwas 500 euro die vakuumpumpe es ist einfach ein fass ohne boden in dem moment wenn man den zahnriemen bestellt empfiehlt das ersatzteil programm die ventile mit zu tauschen 80 euro das ventil zwei stück sind da das heißt es es wird wahnsinnig teuer das ich kann das gar nicht in worte fassen ich bin total sprachlos so und jetzt noch mal wie wollt ihr wenn ihr dieses fahrzeug zum beispiel gebraucht kauft sicherstellen oder euch sicher sein dass der vorbesitzer immer das richtige öl verwendet hat und nicht einfach mal irgendein anderes öl nachgekippt hat es genügt auch nicht wenn ihr einfach sagt okay komm ich kaufe ihn und nehmt mache ein ölwechsel das genügt nicht dann müsst ihr wenn ihr sicher sein wollt müsst der muss der zahnriemen runter zumindest muss nachgeguckt werden haben sich schon abriebe gebildet oder sind schon diese einzelnen partikel im öl zu finden und versteht mich bitte nicht falsch dieser motor allein von den fahreigenschaften und wie viel leistung aus so einem kleinen motor herauskommt ist ganz große ingenieurs kunst also das ist wirklich wahnsinn nichtsdestotrotz so wie das hier konstruiert ist ist das einfach keine konstruktion was in ein alltagsauto reingehört was von leuten gefahren wird von fahrenfingern von von azubis von von studenten keine ahnung die werden ja arm darüber die das ist ja der ruin für die leute so die nächste frage die sich stellt ist wie gehen wir als werkstatt denn mit sowas um wir machen eine wartung und wir gehen jetzt davon aus dass die wartung auch ordnungsgemäß gemacht worden ist das richtige öl verwendet worden ist und so weiter und so weiter und zwei wochen später ein monat später motorschaden oder turbo laderschaden weil irgendwas ist weil früher mal irgendwann ein falsches öl eingefüllt worden ist und dann ist dann das dilemma ja aber ihr wart doch als letztes dran wie kann denn das sein und dann geht das die geht die diskutierei mit dem kundus ja wir haben das richtige öl verwendet aber wir können nicht garantieren dass das nicht in der vergangenheit mal irgendwie anders war im endeffekt wird es wohl so laufen dass jeder besitzer von einem fahrzeug mit einem solchen motor irgendwann mit anlauf in die braune masse greift und ja dann bleibt einfach nur die frage kannst du den mist hier bezahlen ja oder nein kannst du nicht bezahlen hast du leider mit zitronen gehandelt kannst du es bezahlen schmeißt du eben zweieinhalb tausend euro zum fenster raus wie dem auch sei ich kann halt nur sagen kauft euch lieber vier tsi motoren mit steuerkette und montiert da ab und zu neue steuerkette rein als sowas total unkalkulierbares was aus von jetzt auf gleich kaputt geht es ist halt so dass dieser zahnriemen auch nicht kontrollierbar ist man kann nicht einfach mal nachgucken auch guck mal der sieht noch gut aus oder sonst was es funktioniert nicht man muss immer irgendwelche klimmzüge machen um da dran zu kommen und klimmzüge sind teuer bei einer steuerkette ist es so man hört sie irgendwann rasch rasseln und dann weiß man alles klar in kürze würde teuer ja ist halt so aber das problem hier bei dem zahnriemen ist man hört es nicht man kann es nicht sehen man kann es nicht kontrollieren und irgendwann aus heiterem himmel ist das problem da und das problem ist teurer als bei den steuerketten und es ist weitaus unangenehmer und naja was soll ich jetzt sagen ich kann nur jedem raten kauft euch niemals so ein fahrzeug mit einem solchen motor es wird zu einem albtraum werden ja also wie dem auch sei dieser motor ist für mich der absolute albtraum eines motors so wie der konzipiert und konstruiert ist verzeiht er einfach keine fehler und ich finde das ist ein absolutes no go ich finde sowas gehört nicht wirklich in den markt wie dem auch sei wir haben die motor nun mal da jetzt wir müssen uns damit abfinden und sagt mir einfach in den kommentaren wie ihr die sache seht sagt ihr einfach gut du bist zu empfindlich schreibt mir in die kommentare sagt ihr gut du hast recht schreibt mir in die kommentare ist wie gesagt es würde mich interessieren ich verabschiede mich jetzt in die sommerpause und es bleibt nicht viel zu sagen als rechts und links kommt ihr zu meinen anderen videos über das logo könntet ihr ein abo da lassen da würde ich mich wie immer sehr darüber freuen über ein neues abo und vielen dank fürs gucken macht's gut bis bald tschüss